Musik Zunächst der Orden. Ritter John, Sie wissen, dass man den jetzt in Zukunft immer tragen muss. Und das steht in den Regeln, Tag und Nacht, auch unter dem Schlafanzug und es gibt eine Gummivariante fürs Bad. Kriegen Sie auch noch. Und jetzt die Mütze. Applaus Und damit Sie sich immer wie ein guter Ritter verhalten, hier die Ordensregeln. Die Buchstaben sind jeweils in den AKV-Farben geschrieben, ein kalligrafisches Meisterwerk. Dazu gehören die Regeln des Ordens. Für Sie extra in Latein geschrieben. Herr Mikat kann Ihnen dann dabei helfen, das zu übersetzen. Und ich habe aus Ihrer Rede entnommen, dass eine gewisse Neigung zum Bon Vivant nicht ganz abzuschreiten ist. Und deshalb bekommen Sie aus dem Dreiländereck einen wunderschönen Ardenner Schinken. Applaus Und im Anschluss daran Pralines von Lind und Sprüngli. Hören Sie mal, damit müssen Sie aber jetzt wenigstens zwei Tage auskommen. Applaus Und damit Sie zu Hause Eindruck auf Ihre beiden Söhne machen können, hier einen ferngesteuerten, original amerikanischen Truck. Können Sie tausend Pluspunkte bei den Jungen machen. Applaus Und dann habe ich mir sagen lassen, Amerika sei das Land der militanten Nichtraucher. Diesen Tabak, zumal das Original, können Sie überall mit hinnehmen. Sie verpesten nicht, Sie riechen fantastisch. Einziger Tabak, den Sie überall benutzen können. Applaus Auf unseren neuen Ordensritter. Auf Ritter John, ein dreifachkräftiges Oche. 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 So, und jetzt gucken Sie mal, wie Sie mit den Fotografen fertig werden. Oche. 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 Vielen Dank.